Moins euch und herzlich willkommen! Einen schönen Freitag, schönes Wochenende euch allen. Ja, gestern kamen so viele neue Karten. Gestern haben wir die Frühlinge gemacht, heute machen wir mal die Kärnten. Schauen wir uns die mal an. Bisschen anspielen. So, ich gehe in die Karte. So, ich gehe in die Karte. Zu der Tauern. Geht sofort los. So, Moin Dominik, ein schönes Reiterschen Hochende. Jo, da sind wir auf der Kärnten. So, was gehört uns überhaupt? Die 140, die 54, die 29 und die 1 und die 3 ganz unten in 8 rollen. Oh, Entschuldigung. Hoppala. So, da haben wir hier mal rein. Fischzucht. So, da sind wir hier. Oder Barsche. Moin Dominikai, ein schönes Reiterschen. Moin Dominikai, ein schönes Moin. Danke, Moin Dominikai. Danke, Marco. Jo, also haben wir hier eine Fischzucht. Sehr schön. So, Bauermarkt. Moinkerei. Frostnive Verkaufstelle. Handel. Was haben wir hier? Und nochmal. Dieselfabrik. Okay. Sägewerk. Verkaufen Paletten. Die Handel. Tankstelle. Ach, da kann man alles kaufen. Dann ja. Modernes Reimühle. So. Ja, muss heute arbeiten. Endlich Feierabend. Ah, sehr schön. Feierabend ist immer gut, ne? Noch eine Tankstelle. Shop. Bäckerei. Palettenfabrik. Spinnerhe. Obstankauf. 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 Obstankauf haben wir den Obst. Äpfel, Fische, Paletten. Okay. Reiß. 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 Okay. Gucken wir mal was die grünen Kästchen bedeuten. Eiche. Keine Obstbäume. Die müssen ja dann irgendwo sein, ne? Obstbäume. Was sind denn diese grünen Kästchen hier? Moin Christian. Schönes Wochenende. Da auch immer so grüne Kästchen. Keine Ahnung, was das heißt. Das, was rot ist? Was ist das? Irgendwo müssen sie denn ab? Äpfelbäume sein. Engchen. Wenn man Engchen. Das ist eine Feuerstelle. Nee. Danke, Chris Jörn. Keine Ahnung, wo die Äpfel sind. Im Baumenü sind sie nicht drin. Also müssen die auf der Karte sein. Strebergärten haben wir auch schon gefunden. Was ist das hier oben? Kalk? Oder was? Ach, die Biowassanlage. Die BGO. Boah. Weil das mehr Fischzucht ist, das ist ja schon mal genial, ne? So. Gerätschaften. Was haben wir denn? 1.281 Slots. Da verticken wir mal erstmal den behalten. 8.000? Ne, da nehmen wir uns einen anderen. Der kommt weg. Das kleine und schmaler kommt weg. Haua. 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 D.I. Die Äppelbäume habe ich gesucht. ich brauche nicht ich brauche mal so, ich brauche den Anhänger nicht überhaupt mal gucken wir, welche ich nehmen wir denn 14.000 Spitz 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 So, da habe ich es erstmal. Der ist auch gut geworden der IAC. Oh, das ist ja auch fast. Ich bin auf der Kalle. Auf der Frühling? Oder welche? So, close erstmal, ne? So, da wollen wir mal gucken. Wo stehen wir denn hier? Da hinten stehen wir. Wir müssen ja ganz hoch. Irgendwie wird da hinten stehen. Irgendwie wird da hinten stehen. Gut, wir werden da rein. Was, die Zappwelle passen nicht mehr an? Was, die Strasse? Ei, ei, ei. Nicht auslaufen. Nicht auslaufen, nicht auslaufen. Aber da hinten hoch. Ach so, okay. Ja, gut zu wissen. Wieso steht der Drescher hier? Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, gut zu wissen. Ja, 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 ja. Ja, gut zu wissen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Moin, Steffi. Ja, grüß dich. Wir wünschen dir einen schönen Wochen, ne? Heute nicht, morgen ist wieder Multiplayer. Da kann wieder jeder mitspielen. Morgen Vormittag. So, hoffen wir euch mal angekommen. Ja, morgen Emily. Ein schönes Wochenende. Und Stefan, auch dir ein schönes Wochenende. Hallo, grüß dich. So, wir wollen mal gucken hier. Jetzt haben wir das Android. Oh, die beiden in Android. Was kostet der denn hier? Den kaufen wir gleich mal. Das hat nicht wirklich jetzt. So. Wir machen den Fuh jetzt ja auch locker. Dann gucken wir mal gucken. Hochgeend der Wochenende, so ist es. Dschungel, im Stall ist das Feld. Da sind die Enden. Boah, da brauchst du schon eine andere Scheibe. Junge, Junge, Junge. Ah, das Bäumchen in der Luft. Reise, die geht, leise. Neue, sieh... Das ist es nicht nur, hier. Wie es ist, ist es, es ist, es ist... Ja, da brauchen wir nur was kräftigen Schlepper. Ja, da haben wir auch ein Südbomäne gewonnen. So sind die zwei Zäune, das ist doch... Ach, mit Tor auch noch... Junge, Junge, Junge... Äh, sind wir schon zu weit gefahren, ne? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt leg ich einen den Fisch zurückkaufen, was kostet die denn? Was hat man da? 150.000! Heilige Scheiße! Okay, dann gehen wir da jetzt mal ein bisschen Geld machen. Jetzt müssen wir hier aber auch Quaderballen machen. Die rollen ja sonst wohin. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön! 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 Uff, ich soll ihn ja überpassen. Komm ich da rum? Die vielen Zäunen hier, das ist äh... Motor anbieten und gestern vier, also zwei Liter. Erwin, grüß dich, ich wünsche dir eine schöne Räume. Wenn du hast, oder musst du heute noch mal los? Wenn du hast, oder musst du heute noch mal los? Wenn du hast, oder musst du heute noch mal los? Ja, meine, erst mal unter Früh wieder los. Ah, Frühschicht. Oh, ich hab heute meinen Kaffee nicht gekriegt. Das wird ja immer schlimmer. Ich hab heute meinen Kaffee nicht gemacht. Dann haben wir den Kaffee nicht gekriegt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hatte können wir hier unten anfangen sollte irgendwie drehen update Ah. Oh, komm, 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 komm. Oh, jetzt rutscht er da rein, ey. Der Nackt hier. Kann man nicht die Zäune wegmachen auf der Karte? Oh, das ist eine gute Frage. Oh, tatsächlich, kann man nicht mal. Oh, das kann ich stehen bleiben. Sehr gut. Jetzt haben wir beide Schnellkinderansworte genommen. Die sind etwas anders als andere. Okay, da bin ich immer gespannt. Jetzt kann man die im Hof auch wegmachen. Oh. 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 Oh, oh. 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 So, dann rufen sie doch. Das ist Heulager. Das müsste ein bisschen hochsilo sein. Gucken wir mal. Das müsste ein bisschen hochsilo sein. 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 Oh, 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 oh. Was verschobst du? Tatsächlich. Was ist denn die Abkippseite? Was soll die Seite sein? Trigger, wie aber blöd. Was ist denn die Abkippseite? Das ist die Abkippseite. Was ist denn die Abkippseite? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da sind wir wieder, Alter kannst du einen drauf lassen, Emily, scheiß aufs Bett, Kaffee-Maschinen Ach, bei DIVI war das, ja, irgendwie, ja, ja, wie sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin noch oft bei den kleinen Airwien auf der Reihe. Bei den kleinen Airwien? So klein ist er doch gar nicht. Ich bin noch nicht so groß. Ich bin noch nicht so groß. Ich bin noch nicht so groß. Es ist nicht so groß. Der Motor wird ein langer Tag. Ja gut, aber das Fahren, das geht doch ja eigentlich. Der Motor wird ein langer Tag. Fast zwei Meter, Aua, okay. 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 Ja, ein schöner Wochenende wünsche ich dir. Fast zwei Meter. Fast zwei Meter, Aua, okay. Fast zwei Meter, Aua. Fast eins. Fast cinco. Fast два Meter. Fast zwei Meter. Fast zwei Meter. Fast zwei Meter. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 unterwegs also jetzt habe ich die bilder gesehen und vorne von den delphinen krammündel den scheint richtig gut zu gehen ja genau das habe ich auch schon wieder gehört am besten gleich drehen geht da wieder richtig ab Grip und Fieber Grip und Fieber Ui, 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 opa, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, was war jetzt los? Ja, 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 ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Genau, Marco. Alles vertreten. Baja. 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 Chips. Weisst du zufällig, ob die Karte ein kleines Wertlein wieder runter genommen wurde? Ähm, die hat ein Update gekriegt, war ich der Meinung. Aber die Liefer nicht richtig. Eigentlich müsste die noch drin sein. Stimmt, die ist raus. Jo. Die ist weg. Naja, die spiel ich eh nicht. Ja, drin ist er nicht mehr. Die ist weg. 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 Warte mal, ich will jetzt wissen, was für die Fischzucht drauf ist. Ich muss noch ein bisschen Geld leihen. So, was machen wir denn? Körn am Eis, mit einer Reisfutter, Weisen, Kartoffeln und Gerste. Ach du Scheiße, so viel. Hey, hey, hey. Wir haben uns jetzt noch 20 Tonnen Holz und das und nur einen Baum. Oha, das war auch ein schönes Ding, ne? Ja, das ist natürlich eine Menge, was der hier braucht. Das sind auch Fische. Oder sind die jetzt auch Vegetarier geworden? Okay. Ja. Meist, Weizen, Gerste, Mineralfutter und Kartoffeln brauchen wir dafür. Heieieiei. Also Karpfen, ja. Karpfen, die füttern auch Kartoffeln. Aber die anderen nicht. Ja. Das sind die Verbrenzen. Ja. Das ist eine neue Gattung. Ja. Oh, meine Karne gibt's ja auch Fische und da braucht man Raps und Hürse. Okay. Hei, hei. Hei. ... Die dritte. Piranhas. Die können auch sehr groß werden, es gibt schon große Piranhas. Vegetarische Fische sind gerade in der Stadt. Heiangriff auf den Gemüsesammer. Gemüseladen. Ja, Deutschland ist auch das einzige Land, wo man sich das Geschlecht ausrufen kann, aber die Heizung nicht. 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 Letzte Woche in der Zeitung. Letzte Woche in der Zeitung. Letzte Woche in der Zeitung. Ich warte noch auf die Päden. Wo ist ein Zettel hin? Ich warte noch auf die Päden. Es liegt irgendwo 100 Stück rum. Nee, eigentlich nicht so. Ich bin noch gut versorgt. Ich bin noch auf die Päden. Ich bin noch auf die Päden. Ach, wo bin ich denn? Ich bin noch auf die Päden. 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 Höh! Ich bin noch auf die Päden. … Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt, zieht man einen kleinen Rotataktor? Kommt, zieht man einen kleinen Rotataktor? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Apfelbaum, ach hier ist Apfelbaum, den muss man doch selber setzen. Ah, und der Produktion ist der. Okay, hier haben wir die Fischzucht. Aber die Beete sind hier nicht drin. Wo sind die Untergewächshäuser? Ah, Untergewächshäuser. Da, genau. Nee. Ist doch richtig. Ja, alles gut. Also passt. Okay. Das andere wie auf der Galgenberg. Die wollen alle ins Büro. Ja. Mein Udo, grüß dich. Ich wünsche dir eine schöne Weine. Mal gucken, was man heute noch machen. Schauen wir mal. Mal gucken, was noch alles so machen können. Da verdient man mehr. Ja. Ist leider so, ne. So, was soll ich in Ballen pressen wollte ich, ne. Und? Haben wir hier Platz, um eure Ballen unterzubringen? Ah, hier könnt ihr ein bisschen reinpacken. Ach, hier ist das Ballenlager. Stimmt. Da haben wir noch einen Ballenlager. Wo können wir da rein? Ach, hier können wir rein. Gut. Da, 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 da. Was haben wir denn da? Nehmen wir die alte Krone wieder. Nehmen wir die alte Krone wieder, ne. Aber auch 115 PS. Die andere Krone wieder. Tü tü tü! Tü tü tü! Tü 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 tü! Tü 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 tü! Tü tü. Tü tü tü! Tü tü tü. Tü tü tü. Und wenn er zwölf ist... Oder nehmen wir ein deutsch... 183 hat der Logo... Nehmen wir mal den Hoha genau... Was weiß ich, ich nehme die Missgabe... Viel Ball, wenn er nicht hochkommt... Viel Ball, wenn er nicht hochkommt... Jetzt kommt ein geklappt... Der Kekchen würde ich mir auch hier noch holen... hopefully ich fange mal erst mal hin... Ich kann mir auch nichts dazu gehen, wenn ich das mal mache, dann muss ich es auch nicht machen. Ja, das ist doch nicht. Ja. aber es kommt mal wieder bessere zeiten hier haben wir auch noch mal raps wir sollten unterliegen mit enderweif für die teeträger Ja, juhu. Da. Aber jetzt schon mal wieder. Thomas Kugel, ein schönes Wochenende, lustig. Es wird nur, wenn wir hier nachts das Kind in der Zeit auf dem Arm hast, um dann allen 10.000 entgegenzukommen, was wir nicht bauen können. Ja, das ist immer gefährlich, das stimmt. Wenn man zu viel Zeit hat zum Nachdenken. Da ist nochmal Raps. 34. Ja, das ist auch eher in der Reihe. Ja, genau. Oh, was ist das für Kuss? Ja, genau. Ja, genau. So, ich hole mir jetzt erstmal ein Käppchen. Bis gleich! Bye! Jö! Das ist nicht so schön! Ich hole mich jetzt mal. Man kann das hier in der Mitte der Mitte nicht kommen. Wir schenken jetzt nochmal die Kuss. Wir schenken jetzt auf, wenn wir hier wieder ab. Wir schenken jetzt die Kuss. Ich hole mich jetzt! Ich hole mich! Komm mal! Das ist also schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das klingt doch schon ganz gut. Das Neueste habe ich angefangen. Aber auch noch nicht fertig geguckt. Wir sind gerade ganz schön im Stress, die beiden. Du siehst ja auch immer noch rumgeistern überall. Wir müssen jetzt mal überlegen, warum hier momentan so viel gelaufen ist. Ich würde sagen, sie hat für die Bundesjugendspiele trainiert. Ich würde sagen, 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 ich würde sagen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nächstes Jahr November soll LF 25 kommen? Cusco, grüß dich, ein schönes Wochenende, Thomas Löffler, auch hier, ein schönes Wochenende, grüß dich, die MEP, ja, sie ist eigentlich schick gemacht, schön mit kleinen Maschinen und die dann auch ordentlich ackern müssen, ne, also, ist ganz nett gemacht und die Fischzucht, finde ich, richtig gut. Ähm, nächstes Jahr November, ne, das kann nicht sein, weil es gibt ja vier Season Pass, nächstes Jahr kommt der dritte und übernächstes Jahr kommt der vierte, also da kann nicht der LS25 kommen im November. Ich weiß nicht, wer da immer rum erzählt ist, ich hab auch auf YouTube schon gesehen, aber überall steht da LS25 hier. Was gibt's Neues? Ja, werden wir Montag erfahren, ob das jetzt alles klappt, aber ich denke mal, es sieht ganz gut aus. Ne, da hast du recht, Thomas, äh, wird nicht der 25er sein. Ja, das machen die nur, um Aufrufszahlen zu kriegen, so ne Scheiße, la, die spinnen da sich was zurecht. Wohnungsjob oder was meinst du mit? Ja, Wohnung ist, ja, da würde ich wahrscheinlich erstmal auf die schnelle, so ein mobiliertes Zimmer bekommen, aber Job stellt sie Montag dann raus. Also, also, das lief eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wollt ihr sich Montag nochmal melden? Ja, dann war ich denn da. Am Montag war ich da, genau, und am Mittwoch haben wir nochmal telefoniert, richtig. Ähm, doch, genau, richtig. Ich liebe nehmen protein. Er pictFC archives, das ist ein partnershipsydd. Und wir brauchen schon sicher rundherum, ich liebe es. Ähm, weil ich oder so. Und ich bepaus die Bedeutung. Wir werdenchiff, wir gehen ja. Und ich mache, also, als ja so. Ich nehme diese Bedeutungen vitals. Und ich denke, dass sich Lesen geht's dann klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke, Krusco! Ja, wäre schon cool, ne? Huch! Ne? Achso. Ja. Ui. Äh... War es gewesen? Achso, das... ja, ja. Ja, das käme ich ja schon frühzeitig bekannt. Das ist richtig. Aber dazu ist es noch viel zu früh. Hallo, Kim. Ein schönes Wochenende, so sehe ich. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben Leben, noch nicht gestorben. 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 Da müssen wir ja raus. Ja, ob man den nur wegbringt oder auch alles selber macht. 500 reicht nicht? Ich kann die nachher mal erhöhen, Kim. Das ist ja kein Problem. Können wir ja mal ausprobieren. Meiner her. Das könnte leiden, ja. Das ist wichtig jetzt, glaube ich, erstmal herauszufinden, was da wirklich kaputt ist. Schönen wir da auch mal ein deutsches. Ja, wir haben den Dolz und wir haben hier, mit den schönen Pfeifen. Alles klar, ich schreibe dich dann an. Ich kann ja nicht mehr rückwärts fahren. Ne, das ist blöd, wenn man nicht rückwärts fahren kann. Nur vorwärts ist nicht so gut. Ja. 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 Stimmt, Emily. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, oder man hätte mit Megafon rausschreiben müssen. Ja, oder man hätte die drüllen können. Ah. Kein Raten drüben. Moin Bernd! Einen schönen Freitag, schönen Wochenende. Da müssen wir doch jetzt zum Shop runter jubeln. Ab jetzt 14 Tage Urlaub. Oh, Bernd, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Genieß es! No, hier ist es. Hallo Mike, grüß dich, wünsche ich einen schönen Bäumen. Ups, huch, hier ist sogar Verkehr. Und nun, wo ist er denn hin? Äh, wo bin ich mir denn lang? Wir müssen eigentlich gerade noch runter, ne? Wir müssen da lang. Eine sehr bergige Karte, ja das stimmt. Aber er hat was, ne? Hm. Ja. 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 Ja, der wird auch noch hier rein. Einmal zum Shop. Da war der Schott, ne? Genau. So, einmal Saalgut. Ja, man muss PS-Schlepper haben. Das geht. Wollte dementsprechend kleinere Maschinen dranhängen, ne? Marvin war sauer. Warum, Marvin? Was war los? Oh, da können wir noch einen. Neu einkaufen. Drei. Drei. Kupf 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 Warum, Marin? Warum warst du so sauer? Was war denn los? So, mal gucken hier bei Giants. Ne, bleib bei den Eimut. Mein PC spinnt mal wieder bei. Ich wollte Dankeschaffen, das war noch nicht da. Und jetzt ist der Bildschirm weiß. Okay. Das ist nicht gut. Erstmal alles überprüft. Netzteil, Monitor, Kabel. Jetzt komm ich mal rein. Das heißt, der Bildschirm wird nur weiß, wenn der LS startet. Alles andere läuft so. Dann schmeiß den nochmal runter und installier den nochmal neu. Okay. 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 Genau. Mach das mal. Und jetzt kommt doch gleich mal her. Okay. 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 Wee. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Militarschen Untertitelung des ZDF, 2020 DINOSAURAN Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 also das verstehe ich nicht haben wir auch einen Grubber? ne, einen Grubber haben wir nicht dann holen wir noch mal einen Grubber aber das ist schon merkwürdig normalerweise brauche ich nicht krummern, wenn ich eine Kreiselecke habe morgens Riggi einen schönen Freitag, schönes Wochenende dann holen wir noch mal einen Grubber dann hat der Mutter was reingestellt, dass es nicht geht ja, ist schon merkwürdig Dankeschön 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 ины לך Hooli! Und da rein. Und auch da haben wir einen Gruppen. Moin Bella. Ein schönes Moin wünsche ich dir und herzlich willkommen bei uns. Nein, Mieten. Dann kann man jetzt das Stürmchen nur einmal schmeißen. Boah, was hängt denn der jetzt hier, ey? Opa Erich, ein schönes Moin in der Militär. Lustig. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pflügen muss ich nicht nehmen. Hier war ja keine Wurzelfrucht oder Mais drauf. Hier war ja normal Weizen 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 drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn du 100% haben willst, dann dümmst du zuerst und probierst es dann ein. Aber du kannst ja in der ersten Wachstumstufe auch nochmal dümmen. Wir können mal in der Sonne jetzt regen. Hm. 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 Das war's für mich, das war's für mich. Eigentlich generell immer zuerst dünn. Aber ich glaube ich würde den Hof hier komplett ändern. Ich könnte mir nicht so gut gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das können wir ja noch umstellen. 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 und so einiges trainieren einmal die kopfsteinpflaster und einmal hier die gleich mal so schlecht aus nasser sand hat gut was drin so jetzt mal 19 finde ich nicht also weil wir mit karten hast du auch gute text wurden drin nur gerne standard karten wenn da immer so wenig drin also die hat ja richtig was zu bieten füllt 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 neben einem und neben einem Jo Emily, auf die Bohne! Bergabend, jetzt geht's schneller, ja. Das muss auch passen, wenn man mitten im Wald steht und auf dem Steinpilz. Der Bergabend ist in der Mitte, wenn es ein Gewinne gibt, nicht mehr. Wenn man nicht mehr hat, wenn man sich nur einen Regen hat, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. So, ich wünsche Ihnen nochmal einen schönen Freitabend. Ja, Christian, ebenfalls schönen Abend noch. Dankeschön. Was, P-Flex mit toten Fasanen? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vor allem hier auch ein paar Boogie. Vielen Dank. 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 Und danke. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.